Und ich war noch nie auf dem Casting. Ich hatte das alles nicht mitbekommen, weil ich hatte auch gar kein Kabelfernsehen. Also ich habe wirklich nur so ARD und ZDF auf meiner Röhrenkiste zu Hause gehabt. Und das Ganze, ich habe so ein ganz anderes Leben einfach geführt. Vor 22 Jahren saß ich, Hände zitternd vor dem Fernseher, drückte den Mädels die Daumen und hoffte, dass sie den Einzug ins Finale schaffen. Sie schafften nicht nur den Einzug, sondern gewannen die allererste Staffel der Popstars, stürmten die Charts und eroberten unsere Herzen. Heute habe ich Deutschlands schönsten Engel bei mir zu Gast und gemeinsam mit ihr werde ich auf ihre Identitätsreise gehen. Wie ist sie der Mensch geworden, der sie heute ist und wie ist sie zur Musik gekommen? Nadia Binaissa, hallo. Hallo, hi. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, danke schön. Ja, trotz dieser komischen zwei Jahre, der letzten zwei Jahre, die uns ja wie so ein Schirm plötzlich uns alle überhäuft hat. Wie hast du eigentlich Corona überlebt? Am Anfang war es ziemlich schwierig, weil am Anfang war ich noch in einem A Cappella-Quartett, habe ich gesungen und wir waren eigentlich das ganze Jahr komplett ausgebucht. Wir hatten 80 Konzerte und hatten gerade die ganzen Proben abgeschlossen, was unglaublich viel Arbeit war und sehr intensiv war. Und dann wirklich im April, als unsere Premiere losgehen sollte und die Tournee losgehen sollte, kam so der erste Lockdown. Und das war ziemlich schwierig. Aber wir konnten dann auch im Sommer und auch schon ab Mai eigentlich wieder Outdoor ziemlich viele Konzerte spielen, aber in sehr kleinem Rahmen. Und es war auch wirklich anstrengend. Also ich glaube, jeder Künstler weiß, wovon ich spreche. Es war super, super anstrengend. Und dadurch, dass halt bei den Veranstaltungen weniger Publikum reinkommt, muss man natürlich auch mit den Gagen runter. Und es war ein ständiges Hin- und Herverhandeln und Ausrechnen. Lohnt sich das? Können wir den Sprit noch zahlen? Und was ist, wenn wir das... Ja, also es war schon eine harte Zeit, aber wir haben es eigentlich ganz gut hinbekommen und wir waren auch eine der wenigen Glücklichen, die überhaupt noch gespielt haben. Genau. Und dann, das ging das ganze Jahr so durch, hat dann irgendwie mit einem Streaming-Konzert geendet im Dezember, wo wir eigentlich eine Weihnachtstournee gehabt hätten. Und dann kamen nur Angels zurück. Genau. Und dann war ich wieder mit meiner anderen, mit meiner ersten Band zusammen. Und eigentlich genau das Gleiche. Wir hatten keine Möglichkeiten, eine Tournee zu machen oder Live-Auftritte zu spielen. Aber wir haben natürlich großes Glück und sind privilegiert, weil wir halt viel im Fernsehen auftreten können und solche Sachen machen. Und wir haben einfach mega tolle Fans. Also wir haben es wirklich nochmal geschafft, von 0 auf 1 mit dem Album einzusteigen. Und das war ein Mega-Erfolg. Und da sind wir sehr, sehr dankbar. Und jetzt können wir auch endlich wieder auf Tournee gehen. Also unser erstes großes Konzert ist jetzt am 18. Juni. In der Wuhlheide, unser größtes Open-Air-Konzert, das wir jemals gespielt haben. Und dann sind wir im Herbst auf Tournee. Das ist das heute. Und so wie sich das für mich halt eben auch anhört und das, was auch rüberkommt, ist, ja, ihr konntet, beziehungsweise du konntest diese Zeit wirklich kreativ und produktiv halt eben nutzen. Das heißt, du hast dich jetzt nicht eingebunkert, hast gesagt, oh, alles ist so schlimm, oh mein Gott, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Und das finde ich halt eben einen coolen Ansatz. Ich habe halt eben das fürs Schreiben genutzt. Ja, was soll man sonst halt eben machen, wenn alles zu hat? Sport. Ja, Sport hat da auch zu, selbst die Friseure hatten zu. Und in diesem Format, was einige sicherlich kennen, geht es darum, dass ich gemeinsam mit meinem Gast quasi in seiner Vergangenheit zurückgehe. Und dazu würde ich gerne mit dir eine kleine Zeitreise machen, zurück in deine Geburtsstadt. Du bist in Frankfurt zur Welt gekommen, allerdings mit einem Hauch von marokkanischer Minze. Deine Eltern, also ein Elternteil kommt aus Marokko. Welche Erinnerungen verbindest du mit Frankfurt? Oh, welche Erinnerungen verbinde ich mit Frankfurt? Gemischte Erinnerungen. Also einerseits, das ist meine Geburtsstadt und ich habe dort auch bis Ende 20 immer in der Gegend gewohnt, habe dort meine Freunde gehabt, war auf Jam Sessions, habe in irgendwelchen Clubs gespielt, hatte meine, also wirklich meine ersten Auftritte dort, meine Familie ist dort, Freunde. Aber Frankfurt ist auch eine ziemlich krasse Stadt, also mit vielen Kontrasten, also so von den Hochhäusern und Bankenviertel bis zum Rotlichtviertel und die Junkies auf der Straße. Es ist sehr, ja, also sehr, sehr, sehr kontrastreich. Und so sind auch meine Assoziationen mit Frankfurt. Wie war das für dich als Kind, das zu sehen? Und ja, bitte. Ah, also als Kind habe ich das, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen. Ich bin auch so ein bisschen südlich von Frankfurt aufgewachsen, in so einer etwas kleineren Stadt. Also ich komme ja eigentlich aus so einer Arbeiterfamilie. Meine Mutter war Krankenschwester, mein Vater Kellner und genau, haben wir eigentlich in so einem kleinen Wohnblock gewohnt. Und es war eine sehr schöne Zeit, so meine Kindheit. Also ich war, ich habe noch einen zwei Jahre älteren Bruder und wir waren so wie Pech und Schwefel immer zusammen. Und meine Eltern waren viel arbeiten und wir waren eigentlich immer draußen am Spielen. Und Frankfurt habe ich eigentlich erst bewusst so als, ja, als Jugendliche dann so wirklich wahrgenommen. Gab es während deiner Schulzeit schon erste Berührungspunkte mit dem Thema Musik? Also ja, also ich habe großes Glück gehabt. Also erst mal war ich, habe ich, glaube ich, jeden genervt. Also am allermeisten meinen Bruder, weil ich war so ein Kind. Ich habe noch nicht richtig gesprochen, aber ich habe die ganze Zeit gesungen. Also wirklich die ganze Zeit so. Und es gibt dann auch so diese berühmten Szenen. Wir sind ja jedes Jahr mit dem Auto nach Marokko gefahren und da sind wir ja drei Tage im Auto. Und ich war ohne Klimaanlage und so weiter. Früher war das ja noch alles ein bisschen anders, ohne Anschnallgurt und so. Drei Tage durchgehend? Genau, drei Tage durchgehend, zwischendurch mal auf die Fähre. Ja, okay. Und ich habe die ganzen drei Tage nonstop gesungen. Und mein Bruder immer neben mir total verzweifelt und total genervt. Und er meinte, Nadja, hör jetzt auf, Nadja, hör jetzt auf. Und ich lalalalalalalala. Und es hat dann immer irgendwann so wirklich im Streit geendet oder ich hatte dann die Faust im Rücken oder so. Echt jetzt? Ja, ja, ja. Ich war schon eine richtige Nervensäge. Ja, aber meine Eltern haben auf jeden Fall früh gemerkt, dass ich sehr musikalisch bin. Und ich hatte wirklich großes Glück. Also ich bin dann mit drei Jahren in die musikalische Früherziehung gekommen. Und dann habe ich auch ganz früh Flötenunterricht gehabt. Also ich glaube schon so mit vier Jahren ging das dann los in der Gruppe. Und dann erst von der großen Gruppe in die kleine Gruppe, dann zum Einzelunterricht. Und gesungen sowieso die ganze Zeit. Und später kam auch noch Klavierunterricht dazu. Und ich habe wirklich schon als Mädchen ständig Vorspiele gehabt. Also ich war eigentlich ständig irgendwo auf irgendwelchen Bühnen und habe von Klassik bis Renaissance, keine Ahnung, irgendwelche Stücke gespielt. Alleine mit Begleitung, mit Gruppen. Und habe dann auch irgendwann mit elf oder zwölf, glaube ich, bei Jugend musiziert mitgemacht. Und ja, also es war schon ein großer, großer Teil von meinem Leben. Beschreib mir doch mal dieses Gefühl. Also wenn du nochmal in dieses Gefühl reingehst als Kind, als du gesungen hast. Was für ein Gefühl hat es dir gegeben zu singen? Das würde mich mal interessieren. Das Gefühl beim Singen. Ich komme jetzt gerade nicht so ganz in dieses kleine Mädchen Nadja gefühlsmäßig rein. Aber ich spüre da schon irgendwie so eine Harmonie und so eine Form des Ausdrucks auch. Also seine Gefühle zu artikulieren und zu zeigen, ohne überhaupt diese mit Worten ausdrücken zu können. Und ohne überhaupt vielleicht auch zu wissen, was ist das jetzt? Ist das traurig sein? Ist das glücklich sein? Aber einen Zugang zu all diesen Gefühlen zu bekommen über die Musik. Hat dir Musik damals auch zu schlechten Zeiten zur Seite gestanden? Ja, also Musik hat mir in schlechten Zeiten beigestanden und Bibi Blocksberg. Du hattest mir erzählt, dass du für normale Sachen zu Hause kämpfen musstest. Was meinst du damit? Ja, ich hatte gerade gestern mit meiner Mutter auch nochmal das Gespräch. Also mein Vater ist ja Marokkaner und er ist mit 17, 18 Jahren nach Deutschland gekommen und hat insgesamt elf Geschwister und ist der älteste Sohn und hat auch eigentlich seine ganzen Geschwister aufgezogen. Und das ist natürlich eine ganz andere Kultur in Marokko als in Deutschland. Und ich sage mal so, bis ich in die Pubertät gekommen bin, also bis sich mein Körper verändert hat, war eigentlich immer alles entspannt und ich konnte alles machen. Ich konnte immer raus und spielen und es gab gar keinen Unterschied zwischen Mädchen oder Junge. Aber dann wurde es ein bisschen schwierig, als ich in die Pubertät gekommen bin und ich glaube, mein Vater war einfach hilflos und wusste nicht, wie er eine Tochter in Deutschland, wie man das macht. Und also ich war damals, habe ich Basketball gespielt, auch sehr gut und ich weiß halt noch so Situationen, dass mein Vater sich halt irgendwie aufgeregt hat, dass ich Basketball spiele und es ist nichts für Mädchen und Mädchen sollten Ballett machen oder sowas. Wie war das für dich in dem Moment, als Papa so etwas zu dir gesagt hatte? Ja, ich war auch total hilflos in dieser Situation. Also ich stand da und war eigentlich am Anfang so wie versteinert und schüchtern, weil es waren nicht nur die Worte, die er gesagt hat, sondern unsere ganze Beziehung hat sich komplett verändert. Also davor war ich wirklich so ein Papa-Mädchen und immer bei Papa, Papa, Papa und dann hat sich das komplett geändert. Also er konnte mich dann nicht in den Arm nehmen, er konnte mich nicht ansehen. Es war eine ganz, es war eine riesengroße Distanz zwischen uns, weil ich in die Pubertät gekommen bin, weil ich eine Frau wurde und er und in seiner Kultur ist es halt dann eigentlich so, dass die Frauen dann irgendwann sich so ein bisschen in den Bereich zurückziehen und die Männer dann irgendwann in den Bereich. Also als Kinder ist alles bunt gemischt, aber sobald diese Pubertät und diese körperliche Veränderung kommt und man ein Mann wird oder eine Frau wird, verändert sich alles. Aber ich konnte halt damit überhaupt nicht umgehen und habe mich halt irgendwie nicht mehr so geliebt gefühlt und das war nicht so einfach. Am Anfang war ich irgendwie wie versteinert und traurig und später irgendwann, als ich älter wurde, war ich dann eigentlich eher so wütend, weil ich das halt unfair gefunden habe, vieles. Wie bist du mit dieser Wut umgegangen? Ich meine, also ich stelle mir gerade vor, so eine kleine Prinzessin hat so ihre Krone auf und dann kommt sie quasi in dieses Teenager-Alter und plötzlich ist sie dann nicht mehr in den Augen des Papas, die kleine Prinzessin, versteht dann die Welt auf einmal gar nicht mehr. Wie bist du mit diesem bedrückenden Gefühl umgegangen als Teenager-Girl? Na, ich habe mir glaube ich so ein bisschen eine Ersatzfamilie gesucht. Also ich war dann viel mit anderen draußen und Kindern und hatte dann auch so eine beste Freundin. Und die war dann das Wichtigste für mich, so wie das ja für viele Teenager auch der Fall ist. Und ich denke schon, dass das natürlich irgendwie was bei mir ausgelöst hat und auch so eine gewisse Problematik in mir dadurch entstanden ist. Aber ich würde auf gar keinen Fall meine Entwicklung meinen Eltern zuschreiben, weil ich denke, dass jeder irgendwie so für seine Entwicklung selbst verantwortlich ist. Und bei mir kamen einfach viele, viele andere Faktoren noch dazu. Also bei mir ist das alles ziemlich schnell eskaliert so. Ich bin dann immer ständig von zu Hause weg. Es hat mich nach draußen gezogen, zu anderen Menschen. Ich habe dann früh angefangen, ja, erste Zigarette, erstes Bier, erster Joint und das hat sich, da war ich so zwölf, dreizehn. So spät erst. Ja, so spät, ja. Und dann hat sich das alles sehr, sehr schnell gesteigert und gesteigert. Und ich war dann eigentlich schon so mit 14 gar nicht mehr zu Hause. Also ich war dann irgendwo in Frankfurt und ja, und hatte auch wirklich ein riesiges Suchtproblem. Also ich war wirklich sehr, sehr krank, ja. Hat das niemand gemerkt, als du mit zwölf Jahren in Kontakt kamst mit diesen Sachen? Nein, meine Eltern haben das jetzt nicht gemerkt. Also sie haben es irgendwann gemerkt, aber da war es eigentlich schon zu spät. Und ich glaube, das ist auch sehr schwer zu merken für Menschen, die selbst keine Drogen konsumieren. Also man kann das ja auch immer ganz gut überspielen eine Zeit lang. Und dann, wenn man es nicht mehr überspielen kann, dann ist es ja eigentlich schon zu spät, dann ist es schon irgendwie eskaliert. Und die Eskalation war halt mit 14, wo du sagtest, du warst in Sucht. Hat es dann jemand gemerkt gehabt? Ja, natürlich. Also meine Eltern hatten dann so langsam verstanden, dass ich suchtkrank bin, dass ich ein Problem habe. Und ich war dann aber auch schon nicht mehr zu Hause. Und ich weiß, mein Vater hat mich anfangs dann immer irgendwie gesucht und wieder nach Hause gebracht. Und dann bin ich irgendwie nach ein paar Tagen wieder weg. Also es war sehr, 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 sehr schwer für meine Eltern. Ich bin dann auch nach Berlin alleine mit 15, so für ein Jahr. Und was hast du da gemacht? Naja, ich war dann erstmal beim Jugendnotdienst. Und dann bin ich auch in eine WG gekommen, hatte dort einen WG-Platz und einen Schulplatz. Aber ich konnte mich nicht an die Regeln halten, bin wieder rausgeflogen. Also ich war so ein richtiger Troublemaker. Ja, weil du, da komme ich gleich später nochmal zu sprechen, weil du sagtest mir, du hast mit zwölf in einer Rockbank gesungen. Ja. Da kommen wir nochmal gleich. Aber ich habe, wenn wir heute drauf schauen, kann man sagen, dass der Ursprung des Ganzen, dieser Drogenspirale, diese zerrüttete Beziehung zum Papa war? Nein, auf gar keinen Fall. Würde ich niemals sagen. Also ich bin jetzt wirklich, seit vielen, vielen Jahren habe ich mich mit dieser Krankheit, Suchtkrankheit stark auseinandergesetzt. Also im klassischen, therapeutischen Sinne, aber auch mit Selbsthilfegruppen und dem Zwölf-Schritte-Programm. Und bin seit einigen Jahren wirklich komplett clean und trocken. Und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen und auch aus der Beobachtung heraus bei anderen Menschen, dass es total egal ist, wo du herkommst. Also das ist eine Krankheit, die hast du oder die hast du nicht. Also es können irgendwie eineiige Zwillinge im selben Haushalt aufwachsen und der eine wird Alkoholiker oder drogensüchtig und der andere nicht. Und bei manchen Leuten trinken die Eltern und nehmen Drogen, die Kinder tun es nicht und andersherum. Also man kann das überhaupt gar nicht pauschalisieren. Ich persönlich denke, man hat diese Krankheit oder man hat sie nicht. Und es spielt auch gar keine Rolle, wo sie herkommt. Weil wenn man diese Krankheit hat, dann muss man wirklich gucken, was kann ich denn hier und jetzt tun, um was zu ändern. Und dieses Ganze, das ist auch so typisch, dieses, ja und als ich elf Jahre alt war, da hat man das und das zu mir gesagt. Und also es ist so, es nützt niemandem etwas und es liegt auch nicht daran. Es liegt definitiv nicht daran, mein Vater, ich war überhaupt nicht lange böse auf ihn. Weil mein Vater ist auch so der krasseste Mensch, den ich kenne, weil es genauso schwierig wie unsere Beziehung war, als ich in die Pubertät gekommen bin, was ja auch keine Bösartigkeit war, sondern einfach seine Hilflosigkeit und wie er aufgewachsen ist und seine Machtlosigkeit. Genauso hat sich diese Beziehung auch wieder gedreht. Also als ich dann irgendwie 16 Jahre alt war und war dann schwanger und habe dann meine Tochter bekommen, hat sich mein Vater irgendwie um 180 Grad gedreht. Und der war immer für mich da und der hat meine Tochter geliebt wie seine eigene Tochter und hat sie mit großgezogen und war eigentlich so ihr Vater und war immer für mich da. Und es war dann irgendwann auch so, dass mein Vater auch, als ich dann erwachsen war, wenn ich wirklich ein krasses Problem hatte, selbst wenn es irgendwie mit Scham behaftet war oder mit Sexualität oder irgendwas, dann war mein Vater derjenige, den ich angerufen habe. Und habe gesagt, ey Papa, ich habe ein Problem, das und das und das ist passiert. Weil ich wusste, mein Vater bleibt ruhig. Und das wäre früher undenkbar gewesen. Und deswegen, das beeindruckt mich so sehr, weil es gibt ja oft diese Menschen, die sagen, ja, aber ich bin halt so und oder ein Mensch ändert sich nicht. Nein, das stimmt nicht. Menschen können sich wirklich komplett ändern, wenn sie es wollen. Was ich sehr bewundernswert an dieser Stelle von dir finde, dass du das nochmal ganz klar unterstreichst und sagst, hey, auch wenn es mal für eine kurze Zeit eine zerrüttete Phase gab zwischen mir und Papa, was normal ist, ja, Teenager-Jahre sind halt eben Rebellenjahre. Das kann ich selber aus meiner eigenen Kindheit bestätigen, wie oft ich mich mit meiner Mutter gestritten habe. Aber Mutter bleibt Mutter im Herzen und das wird sie auch immer bleiben. Und du machst halt eben nicht das, was sonst manche auch in deiner Situation sonst vielleicht auch machen würden. Nämlich, der Papa hat mir das angetan, der hat nicht mit mir geredet, deshalb bin ich so. Und Papa ist jetzt schuld, dass ich jetzt halt eben so bin. Und ja, das gibt es halt eben. Ja, das gibt es leider oft. Ich finde es auch schade, weil man hat wirklich nur einen Vater und eine Mutter. Und ich denke, Mütter und Väter, und ich rede jetzt nicht von ganz, ganz schlimmen Fällen, wo man vergewaltigt wird oder sowas, das meine ich nicht. Aber so, Mütter und Väter tun immer das Beste, was sie tun können. Sie wollen nicht ihren Kindern schaden, sie lieben ihre Kinder. Und ich bin selbst früh Mutter geworden und ich habe auch unglaublich viele Fehler gemacht als Mutter. Und trotzdem habe ich mein Kind immer geliebt und wollte immer das Beste für sie. Und ich glaube, das ist so schwierig. Also man muss halt irgendwann auch erwachsen werden und Verantwortung übernehmen für sein eigenes Denken, Handeln und Fühlen. Und man kann nicht als erwachsener Mensch ständig da sitzen und sagen, ja, ich bin halt so, weil das damals so und so war und mein Vater und meine Mutter. Und das ist halt nicht erwachsen. Wir müssen alle irgendwann erwachsen werden und Verantwortung übernehmen für uns. Wie war das für dich mit 16 Jahren früh quasi in dieses Meer, eine erwachsene Frau quasi einzusteigen? Mit 16 schwanger zu werden? Das kann ich mir sicherlich vorstellen. Keine einfache Zeit. Ja, also... Für eine Rebellin. Ja, das war ja auch wieder sehr rebellisch, dann mit 16 schwanger zu werden. Definitiv. Es war ehrlich gesagt, also es war eine schwere Zeit, aber es war auch eigentlich so mit die schönste Zeit. Also die Schwangerschaft war schön, weil irgendwie hat sich so unsere Familie wieder zusammengefunden. Ich bin wieder so nach Hause gekommen zu meinen Eltern. Gab es keinen Ärger? Also mein Vater war sehr sauer, war sehr, sehr sauer. Meine Mutter und ich haben es ihm gar nicht gesagt die ersten Monate, weil wir wussten, dass es ihm natürlich nicht passen wird. Und als er es dann erfahren hat, war er sehr sauer, aber dann war eh ein paar Monate später die Kleine da und dann war alles vergessen. Und dann waren wir alle abgeschrieben, weil... Er war Opa. Er war Opa und es hat sich alles nur noch so um diese meine kleine Tochter gedreht und jedes Foto ist immer mein Vater mit dem Baby. Und da ist er nochmal richtig aufgegangen, so in seiner Vaterrolle und Opa-Rolle. Und es hat die Familie irgendwie wieder ganz nah zusammengebracht. Ich habe dann auch meine erste eigene Wohnung gehabt, aber natürlich in der Nähe meiner Eltern. Und wir waren... Es war eigentlich so mit die schönste Zeit in meinem Leben, so. Also gerade das erste Lebensjahr von meiner Tochter, das war wirklich, wirklich eine schöne Zeit. Es waren nur sie und ich und meine Eltern und mein Bruder und wir waren wieder so eine richtige, große, glückliche Familie. Du bist damals auch noch zur Schule gegangen weiterhin? Genau, ich bin dann wieder zur Schule gegangen, bin dann zur Abendschule gegangen. Wollte meinen Abschluss nachholen, weil ich damals die Schule abgebrochen habe als rebellischer Teenager. Ja, mit wie vielen Jahren hattest du die Schule abgebrochen? Ich bin ja mit 14 eigentlich so raus aus allem. Boah, also wie hast du das zu dieser Zeit alles gehandelt? Also ich meine so mit 16 schwanger werden und dann in die Abendschule gehen, also... Also ich habe meine Tochter bekommen, da war ich 17, dann bin ich jetzt in die Fahrschule gegangen, um meinen Führerschein zu machen. Hatte den auch mit 17 schon fertig, habe ihn an meinem 18. Geburtstag ausgehändigt bekommen. Und dann war es alles auf jeden Fall ein bisschen leichter, weil dann hatte ich, ich hatte dann so einen alten Renault 19, den hatten wir irgendwie für 100 Mark von der Mutter, von der Ex-Freundin, von meinem Bruder irgendwie abgekauft. Ach, deutsche Thema, stabiles Geld noch. Ja, stabiles Geld und war ein gutes Auto. Und ja, und dann hatte ich eine Tagesmutter, die habe ich vom Jugendamt zur Verfügung gestellt bekommen, dass ich halt in die Abendschule kann. Und dann habe ich dann meine Tochter dort abgesetzt, bin nach Frankfurt in die Schule, bin nach der Schule wieder zur Tagesmutter, habe sie abgeholt. Das waren ja, keine Ahnung, so fünf Stunden oder so, ne? Ja, ja. Und dann nach Hause. Und bis ich meinen Führerschein hatte, hat meine Mutter das alles mit mir gemacht, hat meine Mutter uns, also die Tagesmutter war direkt am Bahnhof, hat sie dann mich zum Bahnhof gebracht, meine Tochter zur Tagesmutter, weil anders hätten wir das alles nicht schaffen können. Also du hattest hier ein gutes Backup auch von der Familie. Ja, meine Eltern haben mir extrem viel geholfen. Zu hören. Rebell, ne, das Wort kam jetzt öfters. Du hast gesagt, mit zwölf Jahren hast du in einer Rockband gesungen. Wie kann ich mir das vorstellen, ne? So richtig hier. Lederhose. Ja, genau, genau. Und Rock'n'Roll, so. Naja, nicht ganz, so ein bisschen abgeschwächter Rock. Also es ist eigentlich so eine ganz schöne Geschichte, weil so bin ich eigentlich auch wirklich zum Singen gekommen. Ich habe ja immer gesungen und jeden genervt und ich habe aber auch schön gesungen, so ist ja nicht. Und ich hatte eine ganz, ganz tolle Musiklehrerin in der fünften Klasse. Das ist, da war ich dann auf dem Gymnasium in einer Kleinstadt da bei uns und wir hatten als Projekt, als Musikprojekt, dass wir das Tabaluga Musical aufführen vor der ganzen Schule im Konzerthaus. Genau. Und dann hatten wir quasi wie so eine Art Casting, also jeder musste mal nach vorne und irgendwas singen und es ist ja voll mein Element, also habe ich natürlich voll losgetrallert. Und die waren so begeistert, dann habe ich gleich zwei Rollen bekommen im Stück. Also einmal war ich Tabalugas Vater und dann, weiß ich gar nicht mehr, was das andere war, war ich noch irgendwas. Genau, der Baum oder so, keine Ahnung. Und der Baum des Lebens. Ach ja, so schön. Und genau. Und dann hatten wir dieses Musical aufgeführt und die ganze Schule, auch die Oberstufe, alle haben zugesehen. Und dann wurde ich nach dieser Aufführung gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in der Band als Sängerin mitzumachen, weil die suchen Sänger oder Sängerin. Dein erster Auftritt, kann man so sagen? Genau. Mein erster Auftritt war dieses Musical. Und danach wurde ich dann gleich angesprochen und die waren halt alle viel älter als ich. Also der Älteste war schon irgendwie über 18, der hat die E-Gitarre gespielt und alle anderen waren irgendwie so, keine Ahnung, 14, 15, 16. Und das war so meine erste Band. Und wir hatten dann unseren Proberaum im Jugendzentrum, hatten auch einen Schlüssel so fürs Jugendzentrum, haben uns ja jeden Samstag, jeden Sonntag eingeschlossen, geprobt. Und wir haben halt so Songs gespielt, so von Alniss Morissette und Tasmin Archer und aber auch Pink Floyd und also so und alles Mögliche. Wie hast du dich gefühlt in dieser Phase so, boah, ich habe jetzt eine Band, wir können da jetzt rein, wir können da proben? Es war sehr natürlich für mich, weil ich war es natürlich gewohnt schon durch diesen ganzen Instrumentalunterricht und diese ganzen Auftritte, also dieses Prozedere, man hat einen Auftritt, man muss sich dafür vorbereiten, man muss lernen. Aber es war halt viel schöner für mich, weil es war halt mein Element, mein natürliches Instrument, meine Stimme und auch so dieses in der Gemeinschaft, was eins zu studieren. Also das war, das war einfach richtig cool und so einen Schlüssel zu haben für so ein Jugendzentrum und keiner ist da, nur wir. Wir haben so dieses ganze Jugendzentrum für uns und die Instrumente. Also es war, es war wirklich schön, wir haben da wirklich, keine Ahnung, neun Stunden, zehn Stunden verbracht am Stück. Ach wow, so lange? Ja. Cool. Also was ich so immer wieder heraushöre ist, es wurde sehr früh der Baustein Musik in dein Leben gesetzt und du hast sehr früh als kleines Kind schon gemerkt, ja das ist mein Element. Auch wenn die Welt untergeht, hey, Musik ist da und wird immer da sein und ja, also ich kann mir sehr gut dich vorstellen, als 12-Jährige, 13-Jährige mit Lederhose und sagen so, yeah, also hier bin ich. Jawohl, war eine richtige Quasselstriffe auf der Bühne früher. Ja und das muss man sein, denke ich einfach, ne. Also ich war auch, also meine Eltern haben sich immer lustig drüber gemacht, weil ich der Einzige war, der so viel gequatscht hat. Und mein Vater hatte immer zu mir gesagt, sag mal, tut dir dein Mund nicht irgendwann weh, weil du so viel redest? Atmen, atmen. Ich habe dann gesagt, nee, 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 das passt schon irgendwie alles, aber ich denke einfach, Kinder erkennen früh, das ist meine These, erkennen früh, was sie halt eben schon gut können. Und bei dir war es Musik, bei mir war es halt eben das Quatschen. Wie bist du dazu gekommen, zu Popstars zu gehen? Also, okay, jetzt kann man sagen, sie hat gesungen, okay, war dann in der Rockband, hat dann hier und da einen Auftritt, aber dann zu sagen, so, ich gehe jetzt mal on the big stage. Also erstmal war es ja so, ich war ja in der ersten Casting-Band in Deutschland und keiner wusste, was das ist. Und ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich war gerade 18 geworden und ich habe damals in verschiedenen musikalischen Projekten gesungen. Also ich war so irgendwie Studiosängerin, habe irgendwelche Songs aufgenommen, aber war auch live auf der Bühne. Und ich hatte gerade so eine Bandprobe gehabt mit einer ganz tollen Sängerin, der Franca Morgano, die war damals bei Magic Affair. Und die meinte zu mir, ey, Nadja, und wenn ich heute so drüber nachdenke, denke ich mir, mein Gott, ich war so jung, was ich da schon alles gemacht habe, aber egal. Und dann meinte sie so, Nadja, da ist so ein Casting in Frankfurt für eine Girl-Band und ich glaube, du würdest super gut da reinpassen, geh mal vorbei, morgen da und da im Savoy Hotel, bla bla bla. Und ich war noch nie auf dem Casting, ich hatte das alles nicht mitbekommen, weil ich hatte auch gar kein Kabelfernsehen. Also ich habe wirklich nur so ARD und ZDF auf meiner kleinen Röhrenkiste zu Hause gehabt. Und das Ganze, ich habe so ein ganz anderes Leben einfach geführt, so dieses ganze Mainstream und kommerzielle. Social Media gab es ja damals noch gar nicht. Gab es sowieso, es gab ja keinen. Handys hatten nur die Leute, die reich waren. Genau, Handys gab es auch nicht. Ich kam noch nicht mal zurecht, also es gab Handys, aber ich hatte keins und ich konnte noch nicht mal was googeln oder so. Wir sind Menschen mit Migrationshintergrund, wir hatten keine Handys. Nee, wir hatten keine Handys. Auf jeden Fall dachte ich mir, okay, gut, gehe ich mal hin. Und so, ich war auch so voll von mir überzeugt. Also ich hatte so diese jugendliche Überheblichkeit, also dieses, ja, ich weiß, ich kann singen und egal, was ihr jetzt denkt, ich mache dann viel weiter. Ich rock das hier. Ja, ja, so bin ich da hin mit dieser Attitude und dann war das halt voll crazy, weil da waren so voll viele Leute so vor diesem Hotel, so voll viele Mädels. Roundabout? Ja, nicht wie heute, aber ich weiß nicht, waren bestimmt, also mir kam es vor wie tausend, aber es waren vielleicht, keine Ahnung, vielleicht 300 oder so, wenn überhaupt. Aber ich war so voll so, was ist denn hier los? Und so richtig, wie das halt auch war, so im Jahr 2000, so mit pinkfarbener Schlangen, Lederhose, also Plastik natürlich und Cowboyhut und Glitzer und Gold und Silber und alles errichtet. Und dann haben die da alle irgendwas getreilt und sich warm gesungen und ich dachte mir so, okay, gut, mal gucken, was das ist. Ja, und dann bin ich rein und hatte mein Vorsingen und bin gleich weitergekommen in die nächste Runde. Die war noch am selben Tag, das war nicht so wie heute, dass das alles sich ewig lange zieht. Also ich war dann gleich zwei, drei Stunden später beim nächsten Vorsingen und dann war ich für den nächsten Tag wieder eingeladen für die Gruppenperformance. Und da habe ich dann auch schon eine Kollegin von mir kennengelernt, die Jessica, wir wurden auch schon zusammen in eine Gruppe gesteckt und haben dann einen Song performt. Und eigentlich ging das alles so schnell und ich fand es einfach, ich wollte wirklich einfach nur mal so ein professionelles Feedback. Und ich wollte einfach gucken, okay, wie weit komme ich überhaupt? Ich wusste überhaupt nicht, was daraus wird oder was das ist oder dass da die Kameras dabei sind, habe ich auch nicht gecheckt. Ach, du hattest kein bestimmtes Ziel gehabt, du bist einfach hingegangen. Bin einfach hingegangen, einfach so und das war ja wirklich was ganz Neues, dieses, dass man so begleitet wird von Kameras und ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Und ich stand halt wirklich da und habe denen alles Mögliche von mir erzählt und muss halt immer lachen, wenn ich das sehe. Wenn ich dann die 18, ja und ja, jetzt gestern Abend hat ich streitet mit meinem Freund und jetzt haben wir uns getrennt. Und ich gucke mir das heute an und denke mir, ey, das ist so naiv, ne? Ja, aber natürlich, also echt. So ganz natürlich so, ja. Und wir waren halt wirklich so ganz normale Mädels, so ungeschminkt und irgendwie in Jeans und T-Shirt. Du brauchst ja auch nicht viel Schminke. Ja, genau. Immer noch nicht. Dankeschön. Ja, also es war, es hatte alles so seinen Charme, aber es war natürlich auch crazy, weil wir überhaupt nicht vorbereitet waren. Und auf jeden Fall, jetzt komme ich mal so, um das irgendwie zusammenzufassen, bin ich dann bis zum Ende in die letzte Runde gekommen und war dann in diesem Workshop auf Mallorca und war halt eine Woche weg von zu Hause. Das erste Mal von meinem Kind getrennt. Meine Tochter war ja gerade mal so, also ein Jahr alt und das war sehr, sehr, sehr schwierig für mich. Also ich kam dann zurück und ich habe eigentlich jeden Tag gehofft, dass ich rausfliege. Also ich habe wirklich immer jeden Tag, kam man abends wieder vor die Jury und dann wurde man gesagt, du bist weiter oder du bist raus. Und ich war mal so, okay, heute, heute, heute darf ich endlich nach Hause. Und ich bin nicht nach Hause geschickt worden. Ich bin bis zum Ende durchgekommen und dann kam ich nach Hause zu meinem Baby, die war bei meinen Eltern und dann lag ich dann mit meiner Mutter und meinem Baby im Bett und meinte so, Mama, ich kann das nicht so. Ich kann das auf keinen Fall, das geht nicht. Das geht nicht so. Weil der Druck zu groß wurde? Nee, weil ich mein Kind vermisst habe. Das ist halt voll krass so. Also das ist ganz, ganz komisch gewesen. Und dann meinte meine Mutter zu mir, Nadja, keiner weiß, was daraus wird. Vielleicht wird das ja was ganz Großes. Probier es doch einfach aus, weil sonst bereust du es vielleicht noch. Und dann meinte ich, okay, Mama, hast recht. Und so ist es im Endeffekt auch gewesen. Und dann kamen wir zusammen und es wurde was Gigantisches, womit niemand gerechnet hat. Und es war extrem viel, es war extrem viel Arbeit. Es hat mein Leben für immer verändert. Es war deine Bestimmung. Es war auf jeden Fall meine Bestimmung. Und es war eine wunderschöne, krasse Zeit und ich bin so dankbar dafür. Aber es hat auch mein Leben total auf den Kopf gestellt und es hat auch viele Opfer gebracht. Also ich musste viele Opfer bringen. Naja, ich habe viel Zeit mit meinem Kind verpasst. Ich hatte keine Zeit für Beziehungen oder Freundschaften. Ja, also es war schon so dieses normale Leben ist halt einfach weg gewesen die ersten Jahre. Gab es nicht mehr. Wie bist du mit diesem plötzlichen Ruhm umgegangen als Mensch? Ich meine, von heute auf morgen kannte dich die ganze Republik. Nadja Binaysa. Naja, Nadja von No Angels. Nadja von No Angels, ja, ja, genau. Das war mein neuer Nachname. Ja, Nadja von No Angels, wie bist du damit umgegangen? Das macht doch etwas sicherlich mit dem. Also ich habe das damals gar nicht realisiert. Also das war viel zu weit weg von mir. Also ich habe mich damit gar nicht bewusst auseinandergesetzt. Ich war super jung und wir waren so am Arbeiten. Und eigentlich ging es immer nur darum, wie kriege ich heute alle Aufgaben unter einen Hut. Also wir hatten wirklich so immer diese Schedules und dann 7.43 Uhr das Interview, 7.45 Uhr das Interview, 7.07 Uhr. Also noch nicht mal so im Zehn-Minuten-Takt, sondern so im Drei-Minuten-Takt waren so die Aufgaben. Und wirklich in drei Städten teilweise in einem Tag und in mehreren Ländern. Und es war richtig crazy. Und da hat man, ich konnte mich da gar nicht so damit befassen, so wie komme ich rüber, mögen mich die Leute, was symbolisiere ich eigentlich? Also das ist mir wirklich erst als erwachsene Frau mit viel Abstand erst viel, viel später so überhaupt mal bewusst geworden. Auch durch das Feedback unserer Fans, die ja mittlerweile erwachsen sind, die damals Kinder waren, Jugendliche waren, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, so um die 30 sind und irgendwie einen coolen Job haben. Auch viele, viele, die kreativ arbeiten oder selbst Künstler geworden sind, die mir dann irgendwie auf Social Media dann irgendwie schreiben, ey Natja und Frau Krass und danke, dass es euch damals gab, weil durch euch, bla bla bla, konnte ich irgendwie mein Coming-out heil überstehen. Durch euch habe ich das irgendwie gut überstanden. Und es war toll, dass irgendwie drei Women of Color dabei waren, dass ich mich mit euch identifizieren konnte. Und das war für uns damals alles überhaupt gar nicht, es war halt einfach so, wie es ist, aber diese ganzen Themen waren einfach nicht präsent, so wie sie heute präsent sind. Gab es während dieser Work-Hour-Time auch mal Relax-Time für dich, falls ja, wie sah das aus? Also klar, ihr habt eure Auftritte, gab es auch mal einen Rückzugsort für dich persönlich? Schwierig die ersten Jahre, weil ich bin alleinerziehende Mutter, meine Eltern, wir sind dann, ich bin meinen Eltern wieder unter ein Dach gezogen und das einfach wegen meiner Tochter, dass wir nicht immer von A nach B fahren müssen, weil immer, wenn ich arbeiten war, waren meine Eltern für meine Tochter da. Also die haben sie eigentlich genauso mit großgezogen, ja, waren irgendwie auch sowas wie Eltern für meine Tochter. Und eigentlich dann, wenn ich mal so einen Tag nach Hause konnte, wo die anderen sich mal ausruhen konnten, schlafen konnten, war bei mir volles Programm. Also dann war schon meine Tochter so voll hyper, ist ja klar, so voll das Defizit und dann, keine Ahnung, habe ich mich halt mit meiner Tochter, sind wir im Zoo, dann haben wir dies gemacht und spielen und rumtragen und irgendwas machen und also manchmal bin ich wirklich im Sitzen unten eingeschlafen und mein Vater hat mich irgendwie ins Bett hochgetragen, ja. Also richtige Powerfrau. Das war richtig, das war richtig Action, aber ich hatte auch die Power, also ich hatte auch die Power damals, aber es war, es war nicht einfach, aber natürlich dann, das war auch nur in den ersten drei Jahren so, also dann wurde es auch ein bisschen ruhiger, dann haben wir mal so eine Pause gemacht und dann wurde es auch ein bisschen anders und hat man auch mal zwischendurch so, keine Ahnung, drei Wochen gehabt, dass man zu Hause ist oder so. Und jetzt sowieso, also jetzt arbeiten wir ganz anders, wir treffen uns wirklich so für vier, fünf Wochen, powern durch und dann geht jeder wieder ein, zwei Monate nach Hause, so, weil wir wollen das nicht mehr, so wie früher, also es geht auch nicht mehr. Eine von uns lebt in L.A., hat zwei Kinder, eine lebt in Bulgarien, hat ein Hotel, eine Kollegin arbeitet fürs Radio in Leipzig, ja, ich habe auch meine tausend Projekte immer und wir möchten nicht mehr, dass uns das so aufrisst wie früher und das müssen wir auch heute nicht mehr machen, den Luxus haben wir heute, aber früher hatten wir nicht die Wahl. Und ihr habt es dennoch durchgezogen, also Hut ab davor und das heißt, ohne Auszeit halt eben komplett durchzupowern, ist halt eben nicht einfach, weil ich es selber halt eben auch so bestätigen kann, so quasi, ja, wenn du auf der Bühne stehst, stehst du auf der Bühne, da musst du Kräfte mobilisieren, von denen du selbst eigentlich gar keine Ahnung hast und die sind dann da und danach bist du ja einfach komplett K.O. Also, ne, und das heißt, das Haus war einfach eure Base, ja, und ist heute noch auch deine Base, die dir quasi auch Kraft und Energie gibt halt eben, ja, dich halt eben wieder aufzuladen. Es ist schön zu hören. Welchen Tipp würdest du eigentlich Newcomern geben, die von heute auf morgen so einen Hype in der heutigen Zeit erleben? Also, ich denke, das Wichtigste ist wirklich, dass man also ein gutes, stabiles Umfeld hat, also dass man Bezugspersonen hat. Für mich waren das immer meine Eltern, mein Bruder, meine Großeltern, Tanten und so. Also, diese intensive Beziehung zu meiner Familie, die hat mich gestützt und gestärkt. Andere haben das vielleicht mit Freunden oder mit einem Partner, ist ja bei jedem ein bisschen anders. Aber das ist wichtig, dass man wirklich Menschen um sich drum herum hat, die einen schon lange kennen, die einen gut kennen und die auch im Leben bleiben, weil es sehr, sehr turbulent ist. Und am Ende sind, glaube ich, Beziehungen zu anderen Menschen das Wichtigste für jeden Menschen von uns. Wir brauchen diese Beziehungen und auch wenn es mal im Beruf schlecht läuft oder, keine Ahnung, irgendwas richtig schief geht oder so, dann brauchen wir andere Menschen. Und es ist wichtig, quasi auch dieses Fundament auf jeden Fall zu pflegen und auch zu haben. Genau, genau. Ja, ein sehr, sehr schöner, abschließender Satz, ja, den du jetzt gesagt hast. Nadja Benaisa, ich habe deine Reise quasi wirklich genossen. Es ist spannend zu sehen, wie früh so ein Fundament gelegt wird, wie früh ein Kind selber spürt. Das ist mein Element und damit, ja, werde ich quasi die Welt erobern. Ja, zunächst hattest du quasi die Familie erobert und dann später Deutschlands Bühnen. Und wie gesagt, ich weiß selber, als kleiner Junge, als ich dann noch vor dem Fernseher saß und mitgefiebert habe, dachte ich, ey, cool, echt, Hammer. Und das war ja auch, das, was neu ist, das, was auch richtig cool damals auch ankam, hat man auch gerne gesehen, damals, ja, zu D-Mark-Zeiten, Röhren-Fernseher-Zeiten. Ja, ich wünsche dir an dieser Stelle alles, alles Gute für die Zukunft. Behalte bitte deine lebensbejahende Art bei. Und was ich nochmal hier ganz toll fand, ist, dass du unterstrichen hast, dass Familie sehr wichtig ist als Fundament. Und es gibt gute Zeiten, aber es gibt auch schlechte Zeiten. Und es ist wichtig, dass man quasi bei diesen schlechten Zeiten niemals vergisst, wer die Eltern eigentlich sind und immer sein werden. Vielen Dank, dass du heute da warst und alles, alles Gute für die Zukunft. Und wie ihr heute sehen konntet, auch bei Nadja gab es Sonnenseiten, aber auch Schattenseiten. Und ganz wichtig, sie hat sich durch die Schattenseiten nicht bremsen lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch an dieser Stelle alles, alles Gute natürlich. Und wenn ihr vielleicht hier die ein oder andere Baustelle habt mit eines eurer Elternteile, vergisst niemals, unsere Eltern bleiben unsere Eltern. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.